Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist wieder Montag. Heute ist der 26. August 2024 und wir starten in eine neue Woche. Für mich ist die Woche nur vier Tage Arbeiten angesagt. Am Freitag habe ich einen Urlaubstag. Nächste Woche Montag habe ich auch einen Urlaubstag. Liegt daran, dass ich am Wochenende wieder wegfliege. Mitte August war ich ja in Bristol und jetzt Ende August und dann auch Anfang September kommen wir erst zurück. Fliege ich zusammen mit André nach Stockholm. Freitag hin, Sonntag dann am Nachmittag wieder zurück. Er fliegt von Hamburg, ich von Berlin. Wir treffen uns dort und haben gestern uns schon besprochen, was wir wie wann machen wollen, an welchem Tag. Haben die Anreise nochmal gecheckt. Den Alanda Express oder so Zug vom Flughafen in die Stadt gesichtet. Und wie gesagt, ein paar Programmpunkte uns aufgeschrieben, was wir am Freitag, Samstag und Sonntag machen wollen. Dann haben wir kurz überlegt, ob wir uns den GoPass holen für einen Tag. Aber was waren das? 80 Euro, glaube ich. Das ist die Frage, ob man wirklich so viel dann auch schafft an Sehenswürdigkeiten, dass sich das lohnt. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Sehenswürdigkeiten pro Tag etwa. Museen sind auch dabei. Und ja, dann gucken wir mal. Kicken wir mal. Ja, ansonsten, Wochenende war gut. Wir haben sehr viel Starfield gespielt, in Summe 8 Stunden und sind gut vorangekommen. In der Hauptquest gab es einiges Neues, was ich erlebt habe. Und ich glaube, wir werden noch einige Zeit damit verbringen. Die Woche sieht auch nach Starfield aus. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils zwei Stunden. Spielen wir ein bisschen Starfield. Freitag bin ich ja, wie gesagt, weg. Und ab nächster Woche kommt dann, gesellt sich dann Star Wars Outlaws dazu. Wir sind sehr gespannt. Ich habe noch mal ein, zwei Videos gesehen, Livestreams von der Gamescom. Und das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gucken wir mal. Ja, ansonsten. Heute gehe ich mit Andi in den Gleisterreckpark. Da ist irgendwie so ein Parkfest für ein paar Tage von Radio 1. Hat er ja gefragt am Wochenende, ob wir da nicht zusammen hingehen wollen. Dann setzen wir uns da irgendwie in den Biergarten, trinken eine Limo und quatschen ein bisschen. Äh, jo. Und ansonsten ist nicht viel geplant die Woche. Koffer packen. Diesmal werde ich ihn, glaube ich, als Kabine-Gepäck mitnehmen, nicht, dass er wieder verschwindet. Wobei, ich glaube, wäre ich direkt geflogen nach Bristol, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber das mit dem Zwischenstopp war halt so ein bisschen, ja, schwierig. Oder risikobehaftet, sagen wir es mal so. Ja. Nö. Ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Falls ihr noch nicht wach seid, schlaft noch ein bisschen. Falls ihr schon wach seid, kommt gut in den Tag. Kommt gut durch den Tag. Und wir hören uns morgen wieder beim nächsten täglichen, äh, Vlog. Heute gibt es keinen Stream, weil, wie gesagt, ich bin ja heute am Nachmittagabend mal im echten Leben unterwegs. Und heute wird es zum Glück nicht so heiß. Ich glaube, 25 Grad. Äh, das ist okay. Suche ich mir mein schönstes T-Shirt aus, um dann gemeinsam mit Andi über das Parkfest zu stolpern. Gut, dann, gehabt euch wohl. Lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund. Und, äh, bis morgen. Tschüss. Tschüss. bot. Gut. Um, 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 um.